Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ash-hadu an la ilaha inna allahu wahdahu, la sharika, la wali yus salihin, wa ash-hadu anna muhammad an abduhu, wa rasuluhu, wa safiyuhu, min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'd, alles, was gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als sein letzter Gesandter und Diener ist. Im heutigen Teil der Reihe Al-Fiqah sind wir weitergekommen, alhamdulillah rabbil alamin, oder sind wir angekommen bei den unbeliebten Handlungen des Wudu, heute, wir sind sozusagen weiterhin im Kapitel des Wudu, oder in dem Unterkapitel, weil das große Kapitel, das über, das sozusagen darüber ist, ist die Reinigung, und zur Reinigung gehört Al-Wudu. Im heutigen Teil machen wir die Sunan Handlungen des Wudu, die Sunan Handlungen des Wudu, ich glaube, das ist ein Moment, das ist leider falsch, Teil 9 sind wir, Teil 8 haben wir bereits gemacht, glaube ich, genau, Teil 8 haben wir bereits gemacht, heute im Teil 9, also nochmal zurück auf der Folie, hier, das haben wir letztens gemacht, die Sunan Handlungen des Wudu, die Adab Handlungen, die unbeliebten Handlungen des Wudu, und wir haben erklärt, was der Unterschied zwischen Sunan und dem Adab ist, das ist sehr wichtig, damit man weiß, wie man da vorgeht, und heute machen wir dann erstens die Unterteilungen des Wudu, also welche Arten von Wudu gibt es, hinsichtlich bezogen auf das Urteil, erstmal auf das Urteil, und dann natürlich die, zu den Unterteilungen gibt es dann entsprechende Anlässe, wann etwas einen bestimmten Urteil bekommt, als Handlung. In der zweiten Frage sieht man das, wann wird Wudu verpflichtend, also verpflichtend bezogen auf Fard, wie haben wir gesagt, der Madhab, der unterscheidet ja, weil heute behandeln wir, oder gehen wir ein bisschen auch auf die Grundlagen des Madhabs ein, und das findet man sehr häufig, dass man, dass sie hinsichtlich der Begriffe, hinsichtlich der Begrifflichkeiten, sehr viel unterscheiden, im Gegensatz zu der Mehrheit der Muslime, also Mehrheit der Gelehrten, und wir haben ja gesagt, sie unterscheiden ja zwischen Fard und Wajib, und dadurch, dass sie das unterscheiden, sagen sie, der Wudu wird verpflichtend, also Fard, für bestimmte Sachen, und der Wudu wird verpflichtend, also Wajib, weil beides hat mit einer Pflicht zu tun, deswegen ist es halt schwer, im Deutschen das genau zu übersetzen, aber von der Bedeutung unterscheiden sie sich, wann wird etwas von Wudu her verpflichtend, also Wajib, und dann, wann wird der Wudu beliebt, und da habe ich jetzt sozusagen ein bisschen vorausgegriffen, auf das erste Thema, auf den ersten Punkt, die Unterteilungen des Wudu, die Unterteilungen des Wudu sind einmal Fard, Wajib und Mustahab, was ist der Unterschied, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage, damit man versteht, ja warum unterscheiden sie zwischen Fard, Wajib und Mustahab, das hat dann mit ihren Usul zu tun, mit ihren Grundlagen hat das zu tun, also es gibt ja einmal Fiqh, also das, was mit den gottesdienstlichen Handlungen zu tun hat, und den direkten, spezifischen Beweisen, die Taliten beweisen, und dann gibt es Usul al-Fiqh, und zwar die Grundlagen des Fiqh, das heißt, das ist eine andere Wissenschaft, dass diese Wissenschaft, also Usul al-Fiqh, diese Grundlagen, da lernt man, mit welcher Begründung ist der Gelehrte darauf gekommen, also kurz gefasst, natürlich hat es weitaus mehr als nur diese Definition, aber damit man versteht, was der Hintergrund ist, der, mit Usul al-Fiqh lernt man, oder versteht man, wie der Gelehrte auf sein Urteil kommt, also was ist seine Beweisführung, bis dahin, und da lernt man die Werkzeuge, da lernt man die Werkzeuge, wie, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Bedingungen, mit welchen Rahmenbedingungen geht der Gelehrte ran, um ein Urteil abzuleiten, und der Madhab, im Gegensatz zu der Mehrheit der Gelehrten, sie unterscheiden zwischen Fard und Wajib, also Fard, Wajib und Mustahab, was ist der Unterschied, Al-Fard, Al-Fard, ist, was dessen Verpflichtung, durch einen Beweis bestätigt ist, also dessen Verpflichtung, also die Handlung, die Verpflichtung, mit der man sozusagen sagt, die ist verpflichtend, diese Handlung ist verpflichtend, sie wird, wir können ja nichts bestätigen, oder, oder, mit einem Urteil belegen, außer mit einem, außer mit einem Beweis, hier geht es darum, also nochmal, dessen Verpflichtung, durch einen Beweis bestätigt ist, ohne Zweifel daran, also es gibt keine Zweifel daran, es gibt nichts mehr Deutiges, in diesem Beweis, was darauf hinweist, dass diese Handlung eine Pflicht ist, also der Beweis an sich selbst, dann, Al-Wajib, was dessen Verpflichtung, durch einen Beweis bestätigt ist, aber diesmal mit, Zweifel, Zweifel darin, als ob der Beweis, nicht eindeutig, hinsichtlich der Authentizität ist, oder, dass der Beweis, eindeutig, sozusagen, nicht eindeutig, hinsichtlich, nicht der Authentizität ist, wie der Koran, oder der Khabar, der Mutawater ist, also, darauf, ist es jetzt nicht bezogen, sondern, jedoch, beinhaltet sein Wortlaut, zwei oder mehr Bedeutungen, also nochmal, was dessen Verpflichtung, durch einen Beweis bestätigt ist, mit Zweifel darin, Zweifel darin, bedeutet, auf zwei Sachen, einmal die Authentizität des Beweises, und einmal die Bedeutung darin, einmal die Bedeutung darin, bedeutet, es kann sein, dass der Beweis, die höchste Authentizität hat, die höchste Authentizität hat, aber, der beinhaltet, ein oder mehrere Bedeutungen, also, man kann das, verschiedenartig interpretieren, so ein, so ein Beweis, deutet, auf eine Verpflichtung hin, die Wajib ist, und Fard, Fard ist bezogen, einmal auf die Authentizität des Beweises, und einmal auf die Bedeutung, das heißt, der Beweis ist an sich authentisch, der hat die höchste Stufe der Authentizität, und zweitens, der ist eindeutig, das heißt, der ist nicht interpretierbar, wie zum Beispiel, die Aussage Allahs, als beispielsweise, das ist jetzt aus dem Bereich der Aqida, aber damit man versteht, was damit gemeint ist, Allah sagt im Koran, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ sprich, Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Einer, Allah ist أَحَدْ sagt Allah ta'ala sinngemäß, und der Koran an sich selbst hat die höchste Authentizität, kein Zweifel daran, jeder Vers, derjenige, der einen einzigen Buchstaben verleugnet vom Koran, gehört nicht zum Islam, und die Bedeutung, die Interpretation dieses Verses ist auch eindeutig, es gibt kein neben Allah ta'ala, also man kann nicht daraus interpretieren, dass neben Allah noch weitere Götter existieren, die angebetet werden dürfen, und hier geht es, das hat mit diesem, das ist der Hintergrund, warum sie sozusagen unterscheiden, zwischen Fard und zwischen Wajib, bei den Hadithen ist das so, da gibt es manches, was authentisch ist, und diese Authentizität hat verschiedene Stufen, nicht jeder Hadith hat die höchste Authentizität, und weil auch einige Sachen natürlich mit Überlieferungen belegt werden, die im Koran nicht vorhanden sind, deswegen gibt es bestimmte Handlungen, die dann Wajib sind, weil sie entweder nicht eindeutig, hinsichtlich der Authentizität sind, also diese Begriffe, müsst ihr euch merken, eindeutig hinsichtlich der Authentizität sind, oder eindeutig hinsichtlich der Bedeutung sind, und eindeutig hinsichtlich der Bedeutung, und das nennt man im Arabischen diese beiden Begriffe, die wird man derjenige, der sich im Usul beschäftigt, da wird diese Begriffe, hinsichtlich der Beweise, der Arten der Beweise, sehr oft hören, dann, Al-Mustahab, sozusagen der dritte Punkt, ist, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ein oder zweimal getan hat, und nicht darauf beharrt hat, und nicht darauf beharrt hat, und das ist die, das ist die untere Stufe, was von, derjenige, der sich erinnern kann, wir haben hier im letzten Unterricht über was gesprochen, der kann auch mal das reinschreiben, über welche Arten von Handlungen des Wodoh, die dem Mustahab in einem Punkt wieder, sozusagen, sich unterscheidet von dem Punkt. Wer kann sich daran erinnern? Okay, also keiner. Und zwar die Sunan-Handlungen. Die Sunan-Handlungen, die haben, wir haben ja gesagt, worauf der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ein oder zweimal, sozusagen, ausgelassen hat, aber darauf beharrt hat. Also er hat es niemals ausgelassen. Und der Mustahab ist sozusagen eine Stufe darunter. Er hat nicht darauf beharrt. Das heißt, es gibt in Madhab Handlungen, die werden zwar als Sunna bezeichnet, aber damit ist nicht die Sunna damit gemeint, womit die meisten Muslime es verstehen, dass man das einfach so auslassen kann, dauerhaft. Wenn man das dauerhaft auslässt, dann hat man im Madhab, natürlich gibt es da auch nochmal Meinungsverschiedenheit, aber das, was wir hier, wir gehen auf die Meinung des Autors ein, dass er sagt, dass er sagt, dass derjenige, der das auslässt, eine Sünde macht. Und Al-Mustahab ist nochmal ein Unterschied. Wenn man das dauerhaft auslässt, dann ist das kein Problem. Da gehen wir jetzt nun auf die einzelnen Punkte ein. Wann wird der Wudu fard? Also wann wird der Wudu verpflichtend? In Klammern fard, das ist jetzt damit gemeint. Der Wudu wird für denjenigen, der im Hadath-Zustand sich befindet, also im Hadath-Zustand, haben wir auch bereits erklärt, für eine Angelegenheit verpflichtend, Entschuldigung, für drei, für vier Angelegenheiten verpflichtend, für vier Angelegenheiten verpflichtend, einmal zur Ausführung des Gebets, gleich ob das Gebet verpflichtend ist oder freiwillig ist. Das heißt, für jedes Gebet, die du machst, die du ausführst, brauchst du Wudu. Und das Urteil dieses Wudu ist fard. Das heißt, du sagst jetzt nicht, wajib, wenn du ein Hanafi bist. Wenn du aber kein Hanafi bist, ein Hanbali zum Beispiel, oder ein anderer Madhab, dann ist das das Urteil des Wudu für diejenigen, der gebetet, entweder fard oder wajib. Sie unterscheiden nicht. Der Madhab von der Ahnaf schon. Dann zweitens, das Totengebet, also Salatul Janazah, das Totengebet. Drittens, für die Rezitationsniederwerfung, das ist jetzt sehr interessant, Rezitationsniederwerfung. Also, Sajdatu Tilawa, das heißt, wenn man im Koran auf bestimmte Verse trifft, dann, und man sich niederwirft, dann sagt der Madhab, man braucht Wudu. Und das ist natürlich auch eine Angelegenheit, die umstritten ist unter den Gelehrten, ob man Wudu braucht oder nicht. Warum? Also, was ist der Hintergrund für diese Diskussion? Und zwar darum, weil sie, weil jeder das Wort Gebet, also As-Salat, anders definiert. Anders definiert. Und die Rezitationsniederwerfung, die Rezitationsniederwerfung, die besteht ja nicht aus einem Rukua, sondern nur aus einem Sujud. Und je nachdem, wie sie das Wort As-Salat, das Gebet definieren, dementsprechend sagen sie, alles, was aus dieser Definition, was diese Definition umfasst, vom Gebet, das benötigt dann den Wudu. Also, das ist der Hintergrund nur als zur Info. Aber für die Rezitationsniederwerfung, für das Totengebet, für das Gebet allgemein, sei sie freiwillig oder verpflichtend, brauchen wir immer Wudu. Und der Wudu ist hier Fard. Dann, der vierte Punkt, zum Anfassen des Koran. Zum Anfassen des Koran. Genauso wird der Wudu, und das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Angelegenheit, Angelegenheit. Genauso wird der Wudu für denjenigen, der im Hadath-Zustand sich befindet, also Hadath ist hier der kleine Hadath gemeint, verpflichtend, wenn er einen Vers, die auf einer Wand oder Papier oder einem Dirham, also auf einer Münze, geschrieben ist, anfassen möchte. Sobald ein Vers auf einem dieser Dinge auch geschrieben wird, dann darf man diese Wand oder dieses Papier oder diese Münze auch nicht mehr anfassen. Und das gehört auch zu dem, was als Anfassen des Korans bezeichnet wird. Und interessant natürlich ist auch, was ist zum Beispiel mit Tafsirbüchern? Also das ist ja, ist das ein Tafsirbuch oder ist das ein Mus'haf, ein Koran? Und hier hat der Sheikh Ibn Uthamin eine sehr schöne Angelegenheit erwähnt. Er sagt, alles sozusagen an Büchern, das ist natürlich als Zusatz, aber die sagen hier, worin sozusagen ein Vers steht, also sie umfassen alles. Steht nur ein einziger Vers drin, dann darfst du das nicht anfassen, außer mit Wudu. Sheikh Ibn Uthamin hat zum Beispiel eine Diskussion gestartet, in der er gesagt hat, was ist mit Tafsirbüchern? die die Verse beinhalten. Er sagt, wenn sozusagen, wenn dieses Tafsirwerk, wenn die Verse in der Anzahl größer sind, in der Anzahl mehrheitlich sind, als die Erklärung, die darin sich befindet, dann darf man das nicht mit Wudu, dann darf man es nicht ohne Wudu anfassen. Aber sind die Erklärungen mehr, als die Verse, die darin beinhalten, dann wird das als Tafsirwerk sozusagen gesehen und nicht mehr als Mus'haf. Im nächsten, wann wird der Wudu wajib? Wann wird der Wudu wajib? Und zwar in einer einzigen Angelegenheit zum Umkreisen der Kaaba. Zum Umkreisen der Kaaba während der Pilgerfahrt. Also Al-Tawaf Hier sagen sie ist auch wajib. Das ist wajib, aber nicht fard. Und das lernen wir nachher, inshallah, wenn wir im Kapitel Hal-Hajj sind, das werden wir auch behandeln. Also wie macht man nach dem Madhab von Ahnaf, wie macht man die Hajj? Und sie sagen aber, dass das Umkreisen der Kaaba, also Al-Tawaf, wajib ist und nicht fard. Und jetzt kommen wir zu einem großen Rennpunkt da machen wir inshallah zwei bis drei Folien eventuell, wenn wir jetzt benötigen. Wann wird der Wudu Mustahab? Der Wudu wird für folgende Angelegenheiten beliebt. Also wir haben gesagt, Al-Mustahab, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein oder zweimal gemacht hat, aber nie darauf beharrt hat. Also da hat das nicht immer dauerhaft gemacht, sondern ab und zu. Nicht wie Al-Sunnah während des Wudu wie zum Beispiel Al-Madhab oder Al-Stin-Shaaq, also das heißt, das Mund ausspülen oder das Hochziehen des Wassers in die Nase, das gehört zu Sunnah des Wudu. Und wir haben gesagt, Al-Sunnah bedeutet, wer das ein oder zweimal auslässt, ist kein Problem, aber man muss darauf beharrt, auf diese Tat. Sonst macht man eine Sünde nach dem Madhab. Und derjenige, der sozusagen jetzt hier sich befindet im Mustahab, das ist, was der Prophet ein oder zweimal getan hat, aber nicht darauf beharrt hat. Erstens, zum Schlafen im Zustand der Reinheit. Zum Schlafen im Zustand der Reinheit. Zweitens, wenn er aus dem Schlaf aufwacht. Drittens, zur Fortdauer des Wudu, also dass er den Wudu aufrechterhält immer. Viertens, zur Ausführung des Wudu nach dem Wudu mit der Absicht des Lohns. Mit der Absicht ähm mit der Absicht des Lohns. Das heißt, du hast Wudu bereits, du hast bereits den Wudu. Der Unterschied zwischen Punkt 3 und zwischen Punkt 4 ist zur Fortdauer des Wudu. Das heißt, du hast den Wudu verloren und dann gehst du sofort wieder Wudu machen, damit du diesen Zustand aufrechterhältst. Im vierten Punkt, zur Ausführung des Wudu nach dem Wudu. Das heißt, du bist schon bereits im Zustand des Wudu, aber du machst nochmal Wudu. Das ist der Unterschied zwischen Punkt 3 und zwischen Punkt 4. Mit der Absicht des Lohns, aber nur in einem einzigen Fall im Madhab. Also Punkt 4, dass man Wudu nach dem Wudu normal macht. Das ist nur in einem einzigen Fall im Madhab. Das bitte euch merken. Sie sagen, der Wudu nach dem Wudu ist nur beliebt, wenn er dazwischen eine eine Anbetung ausgeführt hat. wenn er aber die Anbetung nicht mit dem ersten Wudu ausgeführt hat, das heißt, er hat keine Anbetung mit dem Wudu gemacht, nachdem er das erste Mal gemacht hat und er trotzdem einfach nochmal den Wudu einfach normal macht, dann sagen sie, dann ist das nicht mehr beliebt, sondern vielmehr gehört es zur Verschwendung. Dann ist das eine Verschwendung vom Wasser. Der fünfte Punkt, nach dem Begehen von Lestern, also Riba und Namima. Riba bedeutet, dass du etwas, dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht mag in seiner Abwesenheit. Das heißt, du redest mit einem Bruder mit Person A und redest über Person B in der Abwesenheit von Person B. Namima bedeutet, Namima bedeutet, dass du eine Information zur anderen, von einer Person zur anderen Person weiterträgst, um Fitna, um Streit zwischen den beiden zu machen. Zum Beispiel Person A und Person B. Person A lästert mit dir über Person B. Du gehst zu Person B und sagst, dass Person A über dich gelästert hat, um Streit zwischen den beiden zu machen. Das nennt man Namima. Also nach dem Begehen von Lästern, Riba und Namima und das Lügen. Genauso wird der Wudu beliebt nach dem Beginn von irgendeinem Fehler. Dann sechstens nach dem Vortrag eines verwerflichen Gedichts. Es gibt zwei Arten von Gedichten. Einmal Gedichte, worin zum Beispiel der Gesandte Allahs gelobt wird, Allah subhanahu wa ta'ala Lob gepriesen wird, die Sahaba gelobt werden und so weiter und so fort. Das ist nicht damit gemeint. Oder Gedichte zum Beispiel, die benutzt werden, um Werke zu verfassen, um zum Beispiel es den Schülern des Wissens zu erleichtern. Das ist kein Grund, damit ist es nicht gemeint. Damit sind verwerfliche Gedichte gemeint, die zum Beispiel zu nichtmoralischen Handlungen aufrufen und nichtmoralischen Beziehungen und so weiter und so fort und Handlungen. Dann nach dem lauten Lachen außerhalb des Gebets. Das ist eine sehr interessante Angelegenheit. Außerhalb des Gebets. Das heißt, wenn man außerhalb des Gebets laut lacht, also nicht lächelt, sondern laut lachen, achtet deswegen auf die Wörter, was genau damit gemeint ist, dann ist das Mustahab den Wudu' zu machen. Was ist mit dem lauten Lachen innerhalb des Gebets? Und da kommen wir dann inshallah im nächsten Unterricht auf das Thema die Auslöcher des Wudu, also was macht den Wudu ungültig. Und im Madhab ist das so, dass sie sagen, und das höre ich auch zum ersten Mal erst, als ich diesen Madhab studiert habe, und zwar sagen sie, dass das laute Lachen im Gebet das Gebet ungültig macht. Okay. Dadurch, dass das Gebet ungültig gemacht wurde, ist auch damit der Wudu ungültig. Warum? Weil das Gebet ohne den Wudu nicht gültig ist. Und dadurch, dass das Gebet ungültig geworden ist, ist auch der Wudu bei ihnen ungültig geworden. Das heißt, eine Person, die laut lacht im Gebet, sein Gebet ist ungültig. Das ist eventuell bekannt bei vielen Geschwistern, diese Ansicht. Aber nicht nur das, ihr Wudu ist auch ungültig. Sie müssen den Wudu noch neu machen. Dann die nächsten Punkte, aufgrund der Waschung des Toten. Das heißt, wenn eine Person einen Toten wäscht, dann ist das Mustahab, den Wudu danach zu machen, aufgrund des Tragens des Toten. Das heißt, wenn man während der Genasa, während dem Totenzug, den Toten trägt, dann auch, dann zu der Zeit eines jeden Gebets, elftens, vor dem Russel, vor der Ganzkörperwaschung, dass man da nochmal den Wudu macht. Zwölftens, für denjenigen, der im Genaaba-Zustand ist, vor dem Essen, Trinken und Schlafen. Das heißt, derjenige, der sozusagen sich im Zorn befindet, bedeutet, zum Beispiel, nach dem elischen Verkehr, wenn man in diesem Zustand bleiben möchte und er nicht den Russel gemacht hat, also sich nicht gereinigt hat, dann ist es beliebt für ihn, oder er wünscht für ihn, vor dem Essen und vor dem Trinken und vor dem Schlafen den Wudu zu machen. Dann bei Zorn, das ist auch natürlich bekannt, damit der Zorn weggeht, bei Zorn, beim Rezitieren des Koran, 14. beim Lesen eines Hadithes und genauso bei seinen Berichten, das heißt, während du einen Hadith berichtest an jemand anderes, dass du im Zustand der Reinheit dich befindest, aus Respekt gegenüber dem, was du da an Inhalt weiter gibst. Dann beim Studieren von Wissen, also Scharia Wissen ist damit und du versuchst Gleichungen zu lösen, dass du dann dich im Zustand des Wudu befindest, sondern damit ist gemeint beim Studieren von Scharia Wissen. Dann beim Adhan, bei der Iqama, also wenn man sozusagen den Adhan, die Iqama ausruft, dass man sich im Zustand der Reinheit befindet. Dann bei der Predigt, also Al-Khutbah. Dann der Besuch des Propheten beim Stehen an Arafah, das ist natürlich während der Hajj, beim Stehen an Arafah. Und der 22. Punkt hat auch mit der Pilgerfahrt zu tun, das Laufen zwischen Safa und Marwah. Und damit kommen wir heute zum Ende. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir oder الشيطan. Subhanak Allahumma und Hamdik Ich Hade an La Ilah Ilah Ant Astag Furu Ka Wa Atubu Ileik Ich 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 Vielen Dank.